Moin und jetzt ist wieder ein Together Part angesagt es geht um die Lautstärke diesmal also wie bei immer bei Together Parts mehr kann es nicht verhindern bei mir ich habe kein Mikrofon ich habe nur ein Headset das heißt die Mitredner das werde dann auch gleich ich sein mach ich hoffe es gefasst sind immer schwer zu hören wenn du was zu sagen hast also immer steht dir frei zu reden dann sag was ist ja Together und nicht ja alleine weil allein Videos drehen kann ich immer das hier ist einmalig ja mal kurz gucken aber anfangs renne ich nicht und anfangs habe ich das Licht immer aus weil sowohl Kondition als auch Batterie sind später wichtig wie immer ins Waschhaus ihr kennt der Mann einen Page-Fehler als ich zuerst zum Silo gegangen bin ja ist ja nicht so schlecht jetzt hab ich wieder nicht auf die Uhr geguckt das ist so ein Fehler den mach ich immer wieder das Waschhaus das Waschhaus sehr schön groß groß und so checken wir wieder alles ab und nichts schön wir sind zur zweiten Reden kaum was das ist toll naja Konzentration ist auch das Wichtige wir konzentrieren uns aufs Spiel ist gerade auslaufen ja die Motivation heute bei mir ich würd's eine Note 3 geben also sie ist ganz ok naja wir haben uns grad ein bisschen mit Videos angucken gestärkt also die Videos kenn ich alle schon und mit Pizza da gab Pizza geil PP Pizza Power oah und ja so denk ich mal vielleicht will der Slenderman auch ein Pizza Schlöckchen der isst grad zu Abend der isst grad Abend ja ach wo denn sonst was steht drauf leave me alone ja ich kann auch Lichtern machen ich kann aber auch zoomen das ist moderne Technik so und du hörst jetzt den Sound halt nicht und jetzt mach ich schon das Licht an und rennen ich kann mir den Sound doch gestern vorstellen achso nicht zum Tunnel zu den Tanks ich weiß nicht ich weiß er ist noch nicht überhaupt nicht aggressiv aber ab jetzt ist halt so der Zeitpunkt da sag ich bevor ich auf einmal im Dunkeln vor ihm stehe hab ich lieber jetzt schon den Rundumblick hier hatte ich letztens die zweite Page eingesammelt und auf einmal war er da nichts und gut dann weiter unsere Lieblingsstrecke zum Silo wieder verlaufe ich mich immer aber ich muss das Risiko ja eingehen weil sonst ist die Route am Arsch ich laufe einfach mal hier lang bin mir so ein bisschen links orientiert am Weg und gucken wo das Silo ist aha ok hier ist weg ist es hier ja ja ich glaube schon ich glaube ich weiß wo ich bin es flimmert leicht aber ich sehe den Slenderman nicht so da hier Silo nicht ist sondern der Zaun bin ich wohl falsch gelaufen aber immer die Rufe waren das ist das Wichtigste das ist das Wichtigste Zaun jawoll geht doch vielleicht nicht auf direktesten Wege aber immerhin gefunden jetzt bitte lasst da was dran sein die Spotte sehr gut ach das ist doch egal Hauptsache ich hab die ich meine wenn ich dauernd gucken würde was drauf steht dann würde ich mir viel zu viel Zeit lassen deswegen deswegen gehe ich jetzt erstmal zu den Felden freust dich schon nachher zu spielen versuch mir grad ein bisschen den Weg anzubringen das ist wichtig wie oft hast du das jetzt schon versucht fünf sechsmal fünf sechsmal ich dürfte schon im 2stelligen Bereich sein irgendwas zwischen 10 und 20 hoch renn nicht an Baum das sind solche leichtsten Fehler Doppelbaum was gibt's schöneres als Zaun und Doppelbäume korrekt nichts denn Zaun das prägt unsere Orientierung da wissen wir immer genau hier geht's nicht lang und was war's an der Nummer Doppelbaum genau Doppelbaum die Doppelbäume geben uns Kraft und Humor ich schlafe ja auch immer nur kurz aus aber ich glaube ich renne schon wieder zu viel und so viel renne ich ja noch gar nicht guck mal man kann sich ja auch immer ein bisschen am Himmel orientieren außerdem kenne ich die Map mittlerweile recht gut wär auch schlimm wenn nicht bei den 30 Videos und 10 Versuchen wenn ich's noch nicht kennen würde da war er grad oh oh hast du ihn gesehen? ja hast du ihn gesehen? direkt neben mir war er allerdings weiß ich grad nicht mehr wo ich bin oh ich weiß wo ich bin falsch er stand grad direkt neben mir ein Meter vielleicht ne eigentlich wollte ich jetzt zu den abgeackten Bäumen doch das kann ich mir jetzt wohl abschminken ach wie viel hab ich? 4 ne? 4 ja Gott ist das schlecht also ich sag mal so wer mich kennt der weiß dass 5 bei mir Standard ist und dass ich mich ja nicht ergere wenn ich nicht 5 hab ah sind das die abgehackten Bäume? äh ja? oder? ne? das sind Bäume auf jeden Fall Bäume sind's sehr gut erkannt aber es sind nicht die abgeackten Bäume ah hier ist die abgeackten Bäume oder? ne? ne? der war wohl direkt vor mir boah ich renne grad nur noch ich seh auch nix mehr hier ist die Großlichtung der muss vor mir gewesen sein oder? ne? oh ist Punkt das ist ein menschen Punkt soll ich die abgeackten Bäume auslassen? eigentlich ne? da pack ich dann wenn ich mir nämlich ziemlich sicher dass ich die 8 Pages nicht packen würde ich muss mich jetzt so n bisschen umdrehen bei uns wird nix ausgelassen außer vielleicht mal das Licht ja die Sachen die werden nicht verdient und deswegen nehm ich jetzt kurz auf die abgeackten Bäume ein weiteres Mal schon blöd dass da so einen Moment ein Holkommen aus der Fassung bringen kann hier wenn jetzt hier keine ist dann weiß ich nicht sehr gut dass ich nämlich was falsch gemacht hätte halb mich heuer aufzupumpen also ich sag mal so die Voraussetzungen sind nix mehr so gut sie punkt und wir wissen halt dass wir die Kondition später brauchen ach mal langsam deswegen gehen wir erstmal zum Tunnel der hier irgendwo ist der hier irgendwo ist Kines regt mich nicht auf da ist die Lichtung da ist die Lichtung oh ja die Lichtung war aber außerhalb unseres Definitionsbereichs ich sag der Tunnel das ist schon was ne und da läufst du ganz anders als du willst da laufen wir halt hier auf dem Weg lang vor allem nicht durch den Tunnel kommen ja der Orientierungssinn lässt auch selbst bei mir immer noch nach auch wenn ich die Map auswinnig kenne ach beruhigen uns erstmal nicht so viel Sprinten wir haben erst fünf Pages Slenderman du hast die Haare schön du hast die Haare schön du hast die Haare schön du hast du hast die Haare schön ja Slenderman was für ein Duschgel benutzt du denn so Haarshampoo und so würde mich echt mal brennend interessieren nicht verärgern oder verspotten das hat noch nie etwas gebracht Tunnel bin ich gut oder bin ich gut rauscht's oder rauscht's keine Page oder Kines gefällt mir nicht mädchen komplett fünf habe ich das heißt an den restlichen Objekten ist überall eine an den Tanks war keiner und jetzt hier im Tunnel nicht ich beruhige mich mal ich werde den Slenderman jetzt mal anleuchten einfach bin ich da das ist nicht mehr zu tun ja das ist immer so blöd immer wenn ich mich umdrehe ist er nie da dabei will ich doch den Umdrehtrick üben weil es geht nicht wenn er nicht da ist naja auf zum Auto da ist keiner alle okay hast du Schluckauf immer nach dem Essen Schluckauf das würde mich aufregen ich weiß nicht wie du damit nicht klarkommst aber naja gerade eben hat's ein bisschen oh ja bedien dich an den Chips wir haben hier Chips auf dem Tisch liegen Chips sind gut die letzte ist am Baum der Baum ist nicht mehr weit weg jetzt fiel rennen oh oh ich punk ich punk drinnen ich kann nicht mehr in wo ist der Baum wo ist der fucking Baum Alter wo ist der wo ist der ich sehe den Baum nicht mehr gesehen Ich habe einen Baum nicht mehr gesehen. Ich habe nicht aufgegeben. Ich konnte nicht mehr rennen. Ich habe einen Baum nicht mehr gesehen. Was soll ich denn da machen? Ich bin gegangen. Ich bin nicht stehen geblieben. Ich habe mich umgeguckt. Ich habe die Orientierung verloren. Mit sieben Pages. Das waren doch so gute Bedingungen. Ich bin schon weit gekommen. Freude, X, komm. Ach Leute, es will nicht, es will nicht. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Also die Leute aus der Schule wissen es. Aber ich habe letztens die 8. Page schon gesehen. Also es war an den gekreuzten Wänden. Diesmal bin ich ganz anders gelaufen. Unabsichtlich. Die war auf der Rückseite. Das heißt, ich bin schon an zwei Wänden da. Dann habe ich die gesehen. In dem Moment, wo ich dann wieder sprinten wollte. Also ich bin nur in diesen halben Sekunden, in den Intervallen nicht gesprintet, hat er mich geschnappt. Zwo Meter oder drei. Und ja. Ich habe es ja vorhin dir auch gezeigt. Das ist ziemlich ärgerlich. Und ich kriege es irgendwie nicht hin. Aber naja. Auch wenn ich es erst beim 100. Versuch pack, ich pack es noch. Ich meine, ich kann es ja. Es ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier immer nur Glück hätte mit meinen sieben Pages. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich sieben habe. Naja, dann. Motivation ist da. Abschlussworte. Hast ja nicht so viel gesagt. Abschlussworte. Guten Appetit. Guten Appetit. Falls ihr gerade was essen wollt, Hunger habt oder sonst was. Also. Jetzt bist du dran. Bis zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Jawohl.